Es sind die klaren Linien, die den unermüdlichen Zeichner Karl Lagerfeld reizen. Was in der Mode die Silhouette eines neuen Kleides ist, sind Umrisse oder Konturen in der Architektur oder beim menschlichen Körper. Von der Linie aus entwickelt Lagerfeld seine Ideen. Auf dem Skizzenblock genauso wie hinter der Kamera. Und auch wenn ihn die Nuancen interessieren, die Zwischentöne, die er meisterlich beherrscht, am Ende sind es die Linien oder Umrisse, die bestechen. Den Umriss des Wassers zu fotografieren, dieser Kuh gelingt Lagerfeld, als er alte Brunnenanlagen in Rom fotografiert. Anlass ist die Restaurierung des Trevi-Brunnens, der von dem römischen Modehaus Fendi gesponsert wird, für das er seit Mitte der 1960er Jahre arbeitet. Wasser ist nicht nur überlebenswichtig. Das strömende, sprudelnde Wasser ist auch Sinnbild der Vergänglichkeit, des unerbittlichen Laufs der Zeit und damit das zentrale Thema des Fotografen Karl Lagerfeld. Die Flüchtigkeit der Mode und die Flüchtigkeit der Zeit ist auch das Motto von Lagerfelds Nymphenkollektion für Fendi im Jahr 2010, in dem auch die Brunnenserie mit dem Titel The Glory of Water entsteht. Die Serie wird später auch als Buch bei Steidl verlegt und hier kommen wir zur zweiten Leidenschaft, die Lagerfeld mit der Fotografie verbindet, das Papier. Denn Foto ist keineswegs gleich Foto. Das verwendete Material, auf dem es gedruckt wird, spielt eine ebenso wesentliche Rolle wie das Motiv selbst und die Aufnahmetechnik. Die Motive der Serie sind in zwei Verfahren produziert, die ihrerseits zu den ältesten Reproduktionsverfahren der Fotografie gehören, als Platinotypien und als Daggeriotypien. Im vorderen Ausstellungsraum sehen Sie die Platinotypien. Der Platindruck wurde 1873 von den Briten William Willis erfunden. Hierfür wird ein Papier in verschiedenen Chemikalien, darunter dem lichtempfindlichen Kalium-Tetrachloridoplatinat, getränkt und getrocknet. Das getrocknete Blatt wird mit einem Negativ belichtet, wodurch ein schwaches Bild entsteht, das durch Wässern kräftig hervortritt. Das hellgrau sich entwickelnde Bild ist bei der Platinotypie direkt in die Papierfaser eingebettet, chemisch fast unveränderlich und daher sehr haltbar. In der Blackbox im hinteren Bereich sehen Sie die Daggeriotypien. Sie wurden eigens für die Lagerfeld-Ausstellung in New York produziert. Der Franzose Louis Daguerre entwickelte das Verfahren 1839, das verkürzt gesagt eine Fotografie auf einer spiegelglatt polierten Metalloberfläche ist. Sie basiert auf der Lichtempfindlichkeit von Silberhalogeniden, die sich durch das Bedampfen von hochgradig polierten Kupferplatten mit Joddampf bilden. Nach dem direkten Belichten der präparierten Platte wird diese mit Quecksilber bedampft, wodurch sich das Motiv entwickelt. Einmal fixiert ist ein sehr lichtbeständiges, silbernspiegelndes Foto entstanden. Das ist ein sehr lichtbeständiges, silbernspiegelndes Foto entstanden.